Hallo, hier ist wieder Kevin Morthan. Ich biete pflanzenbasierte Ernährungsberatungen an und komme aus Leipzig. Ich danke mindestens zum 22. Mal Ernst Krammeri, dass ich auf seinen Seminaren dabei sein darf. Wir sind hier im wunderschönen Bad Dürkheim auf dem Seminar Selbstständigkeit und Unternehmertum und ich bin ihm sehr dankbar. Wir haben wieder über 150 Learnings aufgeschrieben, die wir jetzt die nächsten Tage umsetzen können. Deshalb ermutige ich euch, kommt auf die Seminar von Ernst Krammeri in Bad Dürkheim oder nächste Woche in St. Moritz. Ich kann es nur empfehlen, die Fahrt dahin, 8 Stunden Podcast von Ernst anzuhören. Das ist keine Last, sondern eine Lernchance. Dort Hubschrauber fliegen, gut essen gehen, wieder zwei Tage Seminare. Nutzt einfach die Chance, überlegt, wo ihr hinwollt, denn mit Ernst könnt ihr überall hinkommen, wo ihr möchtet. Vielen Dank.